Gonna go. Mach! Man auch sie posen. Du bist it, You're Boris Gump. Geh! Yeaaahgh. Geh, man. Was für eine Runde. Was für eine. Man geht. Alter, bitte, schwitzt du am Arsch? Sag es mir, sag es mir. Es geht. Du bist ja mir ins Ohr. Es geht. Das war geil. Das war endlich mal eine geile Runde, Alter. Wuh. Vor allen Dingen diese scheiß Animation, wenn du eh drückst, denn ich will die Tür aufmachen, weißt du, musst du kurz mal retten, dann tippst du mir ganz kurz mal eh an. Aber war eine starke, war ein starker Fight, fand ich geil. Vor allen Dingen der mit dem Mastiff, Junge, Alter, der war krass strong auch. Zwei Teams auf dem Train mit. Wäre schön, wenn ich eine Waffe bekommen könnte, ja, danke. Hier geht der für dich. Danke. Hey, ich komme zu dir. Hast du noch was? Nee, ich glaube, ich safe. Doch, doch. Hier kommt einer hoch. Au, der ist weg. Ups. Okay, wir haben, da unten ist auf jeden Fall noch ein Squad, einer ist gerade nur weggelaufen vor denen. Viertel, wenn du nächstes Mal die, äh, hast du jetzt so ne Dings da? Was denn? Die Iva oder was? Ich hatte ne Eva, ja. So, okay, dann. Zum Schluss. Alles gut, alles gut. Achso, zum Schluss. Achso, äh, hier wächst der Muni, warte, 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 warte. Nee, 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 alles gut, nächstes Mal. Weißt du, wenn... Nee, kann ich schon alles raus. Dann lass die Muni dann drin. Weil ich hatte nur acht Schuss drin. Nee, ich hab, hast ja gedroppt, ne? Gut. Alles gut, alles gut. Komm, wir gehen gleich runter. Go, 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 go. Nee, nee. Jetzt hinken wir die Lobby. Razionic, vielen Dank für dein Follow. Sie sind krassen. Ja, eben gerade waren die noch mit. Ja. Aber die sind garantiert weiter rotiert. Oh, ja, die fighten gerade selber. Die ficken auch von hinten, hierzu. Hier sind noch zwei ungeöffnete Kisten. Hier, äh, ich hätte noch mehr Shotgun-Money sogar, in petto. Da oben. Dann auch, wir treppen. Kommt hoch. Ich komme nach oben mit rein, Ete. Okay, nice. Hat einer, hat einer Grapple fertig? Einer, einer ist hochgegangen. Einer ist hochgegangen. Scheiße, wir waren ineinander. Grave knocked. Yes. Geht doch, Alter. Ihr Lappen. Jetzt pushen wir die Lobby komplett weg. Das geht doch, sind wir hier nicht so weiter, Mann. Gibt's doch ja nicht. Reicht mir aber hier. Es bleibt uns alles so, wie es hier ist. Ob du willst und nicht. Warte, Ete, ich stelle hier mal fix nur eine Drohne noch hinten hinterm Stein. Dommel, du bist lost, weil du auf Tastatur gewechselt hast. Ich habe es dir gesagt. Äh, hier. Ich nehme mich eine. Alter, die goldene Iva-Junge zum Wake-Up die alle. Äh, Zip-Line hier. Okay. Go. Ihr Gegner, Gegner, Gegner. Anderes Team. Anderes Team. Bangalos Lock. Der Slow, der Slow, der Slow. Oh, schlicht du, der macht mich, der macht mich. Der ist halt, hat aber nichts mehr, sehr gut. Dankeschön. Ha! Geht doch. Blutdürstig! Venos! Killen! Wir wollen sie alle haben! Wir wollen sie alle! Ey, Trixie, du geile Sau. Du bist aber gerade voll leise, Alter. Wolltest du schnell hallo sagen, dann gehen wir wieder weg. Hallöchen, mein Bester. Wir können mal schreiben. Alles klar. Geht's dir gut? Ja, läuft soweit. Gerade zu Hause angekommen. Freut mich. Wir sind wieder zu meinem Frauchen-Gesellen. Hey! Damit ihr ein schönes Wochenende verbringt. Dankeschön. Super, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, Trixie. Jo, wünsche ich euch auch. Bis denn. Außerrein. Trainers rollt. Ich hab' K. Können wir machen, ja? Domi, ich hab's dir gesagt. Deswegen kannst du nicht in Diamant erst anfangen zu lernen. Oh, jetzt. Unlooted. Ja. Jetzt haben wir aber schön durchgegriffen, Jungs. Also... Boah, nur ne goldene Rüstung. Die kriegst du nicht. Die hole ich mir. Die haben zu zweit auf meine goldene Rüstung. Die hole ich mir jetzt aus dem Cargo-Bot hier raus. Was hab' ich gesagt, Alter? Lul. Komm, hurry up. Rollt. Ja, go. Dann los. Der macht doch mal nen Hacken-Forschung. Moin, Ghost, Luca. Gib Hackengas, Junge. Gib it. Viertel, jetzt bin ich da, Alter. Jetzt räumen wir die ganzen Pro-Teams auf, Alter. Oh, wir haben gerade richtig schön durchgegriffen da, ey. Das lief gut. Das ist Zugriff Nummer eins, Junge. Aber ich sag's dir, das ist eine BVG. Hier wird durchgegriffen. Nicht paar Lava, sondern durchgegriffen. Genau. Immer auf die Mütze. Durchgegriffen. Immer hart rein. Ob du willst oder nicht. Nicht genau so. Goldner Rucksack noch. Können die Lave rein. Alles klar. Ich könnte auch direkt einen Camppack rufen. Rander, 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 Rander. Räts, Räts, Rander, Rander. Ja, äh, äh, äh. Ich mach'n Portal zum Disengagen eventuell für euch. Oder für uns. Ist gedroppt? Ja. Looted hier, links, bei mir. Robo ist guter gesprungen. Der ist auch. Ja, sehr nice. Stark, Jungs. Nice work. Alter, das macht so Spaß grad. Das macht so Spaß. Fett macht das hart, Alter. Da hinten. Ah, sorry. Fettfingern. Ich muss hier noch der Gress zu sein, oder? Hier vorne ist noch ein Team. Oh, ja, ja, ja. Hinter, hinter, hinter. Direkt close. Ist ein Robo an der Kiste. Shield broke. Hier links auch. Komm mal zurück, Ete. Ete, zurück. Über 60 auf Gold. Bei der Lifeline. Äh, nee, das ist eine Watson. Sorry. Ete, komm zurück. Bei mir. Ach, nee, das bist du. Ja, doch. Racecrack. Scheird broke auf Watson. Watson cracked. Nice. Lifeline ist da irgendwo. Äh, Rave ist da irgendwo. Hier close. Scheird broke. Was heißt hier zurück? Was heißt hier zurück? Ich möchte dieses Wort nicht mehr hören. Haben wir uns verstanden? Die Staatsmacht muss eingreifen. Die Staatsmacht muss eingreifen. Oh. 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 Schnell, 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 schnell. Ritz, schnell, Ritz, 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 Ritz. Ritz, 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 Ritz. Ritz, 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 Ritz. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten, bis engaged. Ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Hit. Come on. Racecrack, versus 1. Die andere beiden sind lauten. Noch ein 13er. Ich hebe dich auf. Ich hebe dich auf. Ich hebe dich selber. Alles gut. Ich bin mit der Pushen. Ich lieb' dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Da war doch potato mit der Wingman. Eben war da einer. Der hat auf mich geballert. Weil du keine Coronas hast, Alter. Du bist kein richtiger... Nein, sag einfach... Nein, sag einfach, du bist kein richtiger Fighter. Wir müssen hier in UFC hier rin, Alter, und dann alle weg. Wir sind in ein Käfig. Wir müssen alle weg... Weghauen. Wie, wie, weg. Und geh wie gönnen. Wie, hast du gesmoked? Ja, ran da Hanefrucht, los. Hier sind die Pussis. Hier, links. Ja, ich komme natürlich hier die Wand nicht hoch. Warte mal, da bitte. Einer hat Angst schüttet, riesig. Hier. Ich glaube, der versteckt sich, ist ein Solo. Runter und rechts Geld kippen. I'm punching a tunnel. You do doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Hier! Um hier! Mehrere Hits! Bangle alone! Einer noch! Einer noch! Einer noch! Alles klar! Back with our shield, Bro! Brave weg! Ich kann dich aufheben! Mach, mach, mach! Ja, ein Team ist weg! Scheiße, warte! Zurück ins Portal, zurück ins Portal! Zurück ins Portal! Ich geh jetzt knock! Oder auch nicht! Du gehst nicht knock, Alter! Papa, rettet! Ob du willst oder nicht! Ob du willst und nicht! So, zurück! Zurück disengagen! So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ruhe in unser Körper bringen! Zurück! Zurück! So, warte mal! Zurück! Was heißt jetzt zurück? Zurück! Wir messen Rationen, 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 Systemen! Hier, bei mir, gegen eine Enemies! Naja, ich renne genau in die Ulti, Alter! Oben auf, äh, High Ground! High Ground! High Ground! High Ground! High Ground! High Ground! Bei ihm! Bei ihm! Was ist? Ich werd durch den Zaun weg gelesen! Häng doch mal irgendwas! Ich weiß nicht, wo die sind! Nein! Hier oben auf uns! Auf unser Rad drauf! Da sind die Gegner! Bleib hier! Bleib bei Papa! Direkt oben drauf über mir! Ja, ja, ja! Die ficken wir! Alle drei kommen! Bin auf dem Wege! Die Sibling hat da jetzt verkackt! Bin auf dem Wege! So! Auf drei! Eins! Nein! Warte, 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 warte! Unten im Tunnel ist auch ein Team! Mann! Ist mir doch scheißegal! Ja, die müssen raus aus dem Tunnel! Wir haben doch alle eine Frucht jetzt! Was? Was ist hier los? Was ist euer Problem? Ja, ihr seid auf dem Safe! Und drei Teams schießen auf mich, Alter! Ja, ist doch geil! Da unten! Wraith! Fühl dich doch geehrt, Digga! Wraith setzt ein Portal! Da tunnen die Wurzeln sich ein! Bangalore, hier! Die Bang ist super schwach! Die Bang ist super schwach! Die hat über 120 kassiert! Hier, bei Melek! Bei Melek! Ja! Yes! Guck mal! Alter, Melek! Melek! Zwei Enemy Squads! Zwei Enemy Squads sind's noch! Wir machen jetzt das Safe! Wir machen jetzt das Winter Save! Taktik! Ich glaube, die müssen eh... Obwohl... Wir sollten oben drauf bleiben! Wir sollten oben erstmal drauf bleiben! Ja, wir bleiben jetzt oben drauf und snipern alle... 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 Konen hier weg hier erst! So, ich bau eine Seite von der Kiste zu mit meinem Care Pack! Scheiße, ja! Aber du machst da! Und da oben schieß! Schild! 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 Wir kommen mit vor an die Kante! Ja! Es lebt! Es lebt! Es lebt! Hier! Hinterm Train! Ja! Gran... Granate! Feuer unterhol! und hunderter hunderter sehr schön und ficken okay doch nix mit ficken der rennt fast komplett broken von dem typen der ist jetzt dahinter ist oder wieso rennt der 116 damage auf denselben blatt haunt bitte danke habe ich nicht okay ja es ist wieder schön für die firma mann springen bitte richtig im anus ficken ich mache pote hier du ja ich hier die rave hat gut kassiert rave hat gut kassiert ja komm her ja ich bin da oder wo bist du rave hat nochmal minus 33 wenn ich da bist du dort jetzt ja schießen die müssen kommen wir sind wir gehen hier auf dem dach auf dem dach auf dem dach ja die rave ist ultra low jawohl vorsicht 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 dicker minus 36 auf ihren schild ist mir scheißegal töten nicht minus 36 töten ich möchte den den death speed sehen junge was hast du gefuttert nur haferbrei oder was anderes bleibt momentan nicht übrig das weißt du was will ihr was will zu tun 72 lauf bangalore schiebt ja komm her ich habe ich habe alles gut alles klar nicht ablenken lassen jetzt jetzt ficken wir sie das ist ein logo der kamerad haben sie gehört unten ist ein portail korsak knock von unten ballert einer rauf mit der mit der longbow hier hier komm her komm her ich brauche dich unten fengas crack fengas crack die rave oh shit verreckt alter verreckt hier 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 ich brauche dich wieso bist du finisher wieso bist du finisher alles gut mann mein schild war low ich habe keine battery mehr gehabt der ist durch portal der ist durch portal der ist durch portal aber vielleicht reste am portal komm komm rein mit ins portal ich bin low health wenn die uns ablauern wir müssen den totalen krieg ja halb gesetzt playpoint dann lass sie kommen lass sie kommen ja ja ich mach portail ich portail mache korsak low shield du nehmen gleich Die fache ab joyful die 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 ebenso einem die 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 Du bist es! Du bist Boris Kamp! Nein! Yes, yes, yes! Ja, Mann! Geh, Alter! Was für eine Runde, Junge! Was für eine Runde! Alter, bitte! Schwitzt du am Arsch? Sag es mir! Sag es mir! Es geht! Schwitzt du mir ins Ohr! Es geht! Das war geil! Das war endlich mal eine geile Runde, Alter! Wuh! Alter! 27! Alter, was haben wir denn da gestillt, Alter? Uuuuh! Yes, Mann, Alter! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Filme, du hast nur funktioniert, Alter! Leute, überlegt euch mal! Alter, wir haben fast den halben Server plattgemacht! Wir haben 27 Kills insgesamt! Das geht in der Schichtschein, Alter! Das geht in der Schichtschein, Alter! Als Gold-Dreier in der Predator-Low- Hahahaha! Uff, Alter! Uff! Alter, ich schwitze an meinem ganzen Körper! So! Das kannst du mir nicht! Das kannst du... Oh! Alter! Ich bin jetzt Gold-Eins! Hahaha! Ja, wie geil! G7 OP, die G7 ist super stark, ey! Geil gespielt, Jungs! Wir haben so viel Kontrolle gerade ausgeübt! Uff! Wir sind die Kontrolle! Und wir sind die Staats-Machung! Was habe ich gesagt? Wir sind die BVG! Ich bin zurück! Vorwärts immer, rückwärts immer, Alter! Das kennt ihr doch! Wie geil, Alter! Wir haben jetzt so hart geregelt, Mann! Uff! Uff! Nerve! Wir sind die Regeln! Richtig geil! Richtig, richtig geil, Leute! Oh, ich brauche aber kurz mal! Ich muss noch meine Finger, Junge! Das ist meine Maus! Die ist, glaube ich, mit 1 Liter Schweiß überall drauf! Eric, ich wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen! Pass gut auf dich auf! Und schönes Wochenende bis zum Montag! Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich die Tasche packen, weil man soll aufhören, wenn es am schönsten ist! Mit dem Sieg, Alter! Da kann ich jetzt mit einem richtig geilen, guten Gefühl ins Wochenende gehen, Alter! Uff, Mann! Einfach geil gespielt, Jungs! Die Runde, die muss ich mir nochmal angucken! Ey, ihr beide zusammen habt etwas über 5.000 oder so! Ich sag mal 5.000, dann meine 3.000! Wir haben über 7.000 Damage gemacht, Alter! Alter! Ey, wir haben die halbe Lobby ausgemehrt! In der Predator-Lobby, Alter! Auf jeden Fall halbe Predator-Lobby! In der fucking Pred-Lobby haben wir die Hälfte in der Lobby platt gemacht, Alter! Was ist los, Junge? Reiling mit Respawn, Alter! Was für ein Kampf ist, ey! Das war richtig geile Scheiße, Alter! Ne, wir hatten gar keinen Respawn! Ne, wir hatten keinen Respawn! Wir sind gelandet, du hattest die Goldene Eva, ich die Goldene G7, im Zug war das doch, das ist doch die Runde! Ja, genau, richtig, ja! Ey, megageil, Alter! Uff! Alter, die Runde, die... Boah, die muss ich mir nochmal angucken! Ey, die schneid ich raus, die kommt auf jeden Fall auf YouTube, ey! Hardcore-Heavy-Shit, Mann! Vor allen Dingen, vor allen Dingen, Megek! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Ersel zu mir, komm raus! Nein! Hin in die Olga, Junge! Die sind alle abgehauen! Die hatten alle so feuchte Schlüppern, Alter! Die hatten so Angstschweiß! Nee! Ja, bloß, er hatte gar nicht Unrecht, weil ich von hinten auch angetargetet wurde, das heißt, wir wären, wenn die gepusht hätten, wären wir voll im Sandwich gewesen, haben sie aber nicht gemacht, warum auch immer! Ja, aber gut, dass du den getargett hast, die Rave, die er gecallt hat, oben, so... Also, versucht nochmal zu targeten und dann gleich mit Push, Alter, das ist so geil! Das ist so geil! Das hat geschmeckt, Alter! Wieg ihr aber noch fast das ganze Meg mit der 99 mitgegeben hab und noch mit der G7, Alter! Ein Schuss hätte noch gefehlt, Mann! Ah! Vor allen Dingen, der Letzte hat sich gerade gewundert, woher kommen die Schüsse? Der hatte, der hatte schon abgeschlossen, so... Ja! Der Wind! Und dann schnallt! Geil, Alter! Richtig geil gespielt, Jungs! Ja! Das war die letzten Runden, wo ich dann einfach weggeholt wurde, bevor ich was machen konnte! Huf! 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 Huf!